Keine Ahnung, was da los war. Ja, keine Ahnung, wir hatten irgendwie... Oha! Was ist los? Jetzt gerade. Doch, doch. Die haben Blitzer da aufgestellt. Haben wir das im Stream gesehen? Ja, wir haben das gesehen. 15 kmh zu viel, das ist jetzt nicht so wild. Grüße gehen raus an Markus! Ne, nochmal, Grüße gehen raus an Tim. Haben wir jetzt in der Wahn gemeldet? Auf Tim? Ja, Tim, bezahlen wir bitte für mich. Hey Junge. Hat man das gesehen noch? Das hat man gesehen, ja. So ne Dixer, Alter. Aber soll ich dir ehrlich sagen, das war wieder weil Dings, sehr schnell. Weil ich meine Ehrenwerte-App nicht anhab. Ich wollte sie eben noch anmachen, aber ich habe hier keine Handy, Alter. Das waren mobile Blitzer. Ja, aber der sieht die trotzdem. Echt? Ja, ja. Okay, klasse.